Halle! Halle! Denn der beste Drummer heute Abend wird nicht nur dieses Tillchen A-Custom Projection-Crash gewinnen. Wer ist eigentlich Fuhfalschers Fan hier? Denn das ist die Signature-Sherber des Fuhfalschers-Grummers Taylor Hawkins. Und diese beiden Teile gehen an diesen Drummer von Elmets, Alessandro! Ja, Bust & Drums, die ich noch mal gut zusammen spiele. Aber wichtig ist natürlich auch der Gitarrist in unserer Band. Und wir haben uns überlegt, wer heute Abend geil Gitarre gespielt hat. Denn für den... Ja! Thomas! Ja! 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 Ich fände nur einen, bei dem das Klack nur aufgehoben ist. Ja, Spen! Und das ist der Gitarrist von Elmets! Herzlich Willen! Muss ich noch mehr sagen? Es gibt auch einen Bassisten, der heute Abend richtig eingespielt hat. Er bekommt diesen Verstärker. Herzlichen Glückwunsch! Bester Bassist von Elements! Herzlichen Glückwunsch!